Der rotflossene Antennenwälze Der rotflossene Antennenwälze, im englischen Redtail Catfish und im lateinischen Fracto Cephalus Hemioliopterus, ist ein 130 cm großer und 50 kg schwerer Vertreter der Antennenwälze und ist größtenteils im Auktionersbecken in Kolumbien und Brasilien beheimat. Aufgrund seiner Körpermasse und seinem extrem breiten Maul jagt er sogar Tiere mit derselben Körperlänge und besitzt keine natürlichen Feinde. Der rotflossene Antennenwälze ist aufgrund seines Aussehens ein beliebter Fisch in der Aquarienwelt und wird oft mit anderen Großfischen in Schauaquarien gehalten und erlangt in Gefangenschaft ein Alter von 20-25 Jahren. Das Alter in freier Wildbahn ist unbekannt. Oft gelangen diese Tiere in private Aquarien, die den Tieren meistens nicht genug Platz biegen, worauf es zu einem Kümmerwuchs kommt und die Tiere schon nach einigen Jahren sterben. Des Weiteren gab es noch keine gemeldeten Angriffe auf Menschen. Fischanalyse zum rotflossen Antennenwälze erfolgt in kurzer Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Werner Ephes esas Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020